Schmeiß mal den Ofen an, ich muss mal Holz besorgen. Ich habe Cola reingepackt, das brennt länger. Achso, ah, du benutzt schon Cola. Ah, das ist gut. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Gut, dann repariere ich erst mal hier das gute Stück. Den Steinpickel schmeiße ich jetzt weg. Hab ich die schon gekocht, schmackhafter Fisch. Dann müssen wir auch gleich mal Talente gucken, nach Waffenschmied, hä? Mhm. Weil ich habe hier noch Strauben Mützler und Schläger und so scheiße. Achso. Das ist ja weisskacke. Oder? Waffen. Was habe ich? Eiseres Breitschwert. Ah, eiserne Axt. Oh. Waffen. Einen schönen Bogen wollte ich mir mal Kräften noch. Schläger habe ich. Ein zyndygisches Tippisch. Verteidiger. Krieger. Griffmacher. Was ist denn das? Hochwertige Waffen. Ich mache mir so eine Zweihand-Axt. Aha. Oh, ich habe immer Angst, dass die Punkte irgendwann nicht mehr reichen. Schrauben Mütze. Hier, zwei tödliche Kurz-Tolche. Jetzt noch 20, 20 verfügbar. Mhm. Jetzt noch 18. 17. Oh. Griffmacher? Was macht denn eigentlich der Griffmacher? Da kannst du Waffen... Achso. Da kannst du bessere Waffen dann. Mhm. Aufwerten oder sowas. Ja. Und das erstmal bei dir. Mhm. So, und jetzt muss ich an die Schmiede, hä? Und wir dort... erstmal... Und dann... Ja, wollen wir weiter Eisen machen? Ja. Erstmal. Mhm. Euer feinste Schilder, Alter. Wie viel brauche ich denn dafür? Was ist mein Schild machen? Wie viel brauchst du denn für die Waffen? Und nicht viel. Nicht viel. Habe ich meine Schmiede in die Porte? Oh, was habe ich hier? Enter-Messer. Achso, was brauche ich nicht. Nee, jetzt habe ich noch ja keine Schmiede-Werkbank. Achso, die habe ich noch nicht gehabt. Nee, aber ich habe Ziegel gemacht. Ich glaube, Holz brauche ich noch. Ziegel? Du brauchst die warst Ziegel? Na? Echt? Ich musste Ziegel machen. Also, die... die... ...Werkbank des Schmieds muss sie aus Ziegel bauen, ja. Und aus 75 Eisen. Ich habe da gar keine Ziegel benutzt. Jetzt muss ich gucken hier. Ach doch. Ach doch. Doch, doch. Stimmt, du hast recht. Ich habe Steine verbrannt im Ofen. Genau. So, dann mache ich die mal schnell, ja. Einmal herstellen, bitte. Hast du die da durchgelesen? Nö, nö. Brauchst du nicht. Ich habe es erstmal aufgehoben. Ich glaube, ich hatte schon mal eins, aber ich weiß gar nicht, wo das hin ist, weil ich werde ich dir schmissen oder was. So, meine Hacke muss ich noch reparieren. Habe ich schon gemacht. Äh, vorbildlicher Schmied. Mhm. Von dir kann man sich eine Scheibe abschneiden. Schön weg platzieren. So. Ja, es ist ein bisschen schade, dass du das Gitter nicht siehst, ja. So, oder dass du nicht so einen Freelook hast, euch wie zu bauen. Also, was kann ich denn bauen? So, und jetzt baue ich mir hier eine schöne Axt. Hey. So eine eiserne. Na, 20 bauen bloß. Oh, du sagst aber easy. Eiserne Preisschwert. Warte, das habe ich ja schon. Eisenachst. Eiserne Streitgolben. So, warte einen Moment. Oh, Stahl brauchen wir ja irgendwie noch nicht. Wieso hat Eric eigentlich ein Stahlschwert? Hm, Brunnen. Die Stahlverstärkung, das brauchst du alles nicht, ja? Das ist für, äh, dass du deine, deine Bude verpasserst. Hm. Ja. Ach, tschu, da lass mal hier. Ähm, wie tue ich hier? Zwei. Das Schild brauche ich dann auch nicht mehr, weil das eine Zweihand-Axt ist. Mhm. Ähm, was zu essen müssen wir mitnehmen, oder? Gesundheit. Oh, brauche ich schnell noch? Ja. Ja, okay. Meine Ohren sind noch dran. Aber was brauche ich denn dafür? Und da brauche ich die und dafür brauche ich die. Und dafür brauche ich Stufe 30, Alter. Reise, mal gucken, was noch offen ist hier. Achso, ein Feind auf das Rad der Schmerzen binden. Das muss ich erst mal bauen, das Zeug. Ja. Die Stücke weg. Ich muss unbedingt machen, meine Kisten, bitte. Ich muss ja vielleicht zurück. Ich möchte dich immer so hetze. Na, sind meine Kisten jetzt durcheinander. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ne, noch nicht, aber na ja gleich. Nee, jetzt ist erst mal kurz kümmern um Zeug. Pflanztrog. Ach, hier ist einer. Steine und Zwirn. Das Einblenden des Kisteninhalts ist auch Schwachsinn. Ja. Weil du siehst eh nicht alles. Ja, das ist wirklich auch behindert. Das ist echt ein bisschen, das ist echt wie so doof. Ja. Das ist bei Gegnern vielleicht nicht schlecht, um die schnell zu plündern oder so, aber hier bei den Kisten. Ja, ja, ja. Steine und Zwirnen. Jetzt muss ich wieder so ein dämliches Zeug farmen. Aber ich werde erst mal mein Zeug reparieren hier. Also, ich mache mir gleich noch eine Eisenangst, ja. Da brauche ich mir gleich ein bisschen mehr. Oh. Was? Alles geben, Alter. Was ist denn das für ein Scheiß? Reparieren. Puh. Da hat er sich Fliege in den Ofen gelegt. Puh. Puh. Ich hätte es dir auch vorhin mal geben können, hättest du es ja schon gehabt. Aber ich meine, es schadet nichts, wenn du es baust. Das kann man immer haben. Tierfälle, um Leder herzustellen und so, ist schon wichtig. Ja, ja. Was ist denn der Hackmesser? Brauche ich das? Weiß nicht, was das macht. Eric hat das. Aber der sagt, er kriegt da nicht das raus, was ich raus habe. Äh, okay. Ja. So. Ich wollte das auch herstellen. Ich glaube, der ganze... Da bist du auch schneller, da... Die Fischer zu hacken, ne? Da brauchst du nicht fünfmal drauf feizeln. Das zieht der immer. Naja, einmal oder manchmal auch dreimal. Und du kriegst ja immer was raus. Ist schon fertig. Ist ja gut. So. Willst du mal zeigen die neue Kiste? Ja, nochmal. So, damit auch unten. Und so. Soll ich dir mal meine coole Axt zeigen gleich, was ist das denn? Ja, geil. Das ist doch ne Einhand-Axt, ach scheiße, brauche ich doch ein Schild. Achso. Ich dachte, das war ne schöne Zweihand-Axt. Aber du hast recht, die haben auch so an dem kommenden Tempel so einen Stein gehabt wie ich. Ja. Achtung. Gesundheit. Danke. Oh was, brauche ich mir noch ein Schild? Ach, hier lachen ein Dinger drin. Shit. Naja, was ist das? Ich wusste, ich wusste das machen habe ich auch schon. Edle Metallerzeugnis, du brauchst eigentlich die Goldminsen, ey. Das weiß ich nicht, das ist doch Humpug, oder? Das ist doch. Ich weiß es nicht, also vielleicht gibt es ja doch irgendwo eine Stadt, dass du, dass du handeln kannst. Na? Also weil im Trailer siehst du sowas. Aha. So, hier. Da ist ein Doppelschwer. Ja, sowas möchte ich. Katana ebenso, oder? Na, mit nem TLC, oder? Nee. Das kriegst du nicht. Katana? Ja. Glaub ich nicht. Bei Schläger. Bei Schläger. Da. Ah, ach hier. Oh geil. Ich könnte es zwar bauen. Oh hier, eisernes Doppelschwert. Katana. Oh, das will ich haben. Oh, das will ich haben. Fünf Punkte, also. 27 Schaden. Ich hab's mal erlernt. Boah, das ist ein Doppelschwert, aber macht ja richtig viel Schaden. Das ist ja zwei Handwaffe, ja. Das ist ja zwei Handwaffe, ja. Das ist Katana aber auch eigentlich. Ja. Obwohl, hier kannst du es auch in eine Hand führen. Ja. Ja. 16 sind eins Schaden. Okay, das baue ich auch. Oder? Mach ich eine Handkampf oder zwei? Schwierig. Okay, härterter Stahlhammer. 40 Schaden. Oh, das bestimmt langsam. 43. Das gehärtete Stahlgroßschwert. Na, guck mal, diese Hacker. Okay. Ah, ne, oh, ne, ich hab's noch nicht gehört. Das jetzt. Das. Sehr gut. Stufe 30. Muss unbedingt Stufe 30 werden. Was? Wo mach ich denn, ähm, die Schilder? Wo baue ich denn die auf der Werkbank? Des Rüstungsmachers? Ja, genau. Okay. Ach, ich kann das ja auch hier auf die Erde stellen. Okay. Oh Mann. Pflanzdruck. Guck mal her. Samen. Was ist das? Ähm, wie Knochenmäher. Wo krieg ich das her? Äh, vielleicht da. Das ist ja eine Mühle bauen, ne? Vielleicht kannst du da. Ja. Die Mühle ist ja dieses komische Rad, wo da knilch dran buckelt, oder? Ja, ja, ja. Wieso kann ich das ja nicht bauen? Weißenbauten und Holz. Achso, das muss ich jetzt da rein tun. Ja schon. Wie jetzt? Okay. So, Monza. Cool, meine große Kiste hat noch unten zwei Reihen. Ja, irgendwas will ich bauen, aber. Ach, mein Katana wollte ich bauen. Cool. Okay, 30 Metall. Nur ein Witz. Ja. Da lach ich. Wo? Hm? Ich mach mal jetzt. Ich hol mal ein bisschen Zeug, wer ist. Ich hab ja jetzt Waffen, Junge. Sehr schön. Ja. Ah, ich wollte ja Holz hier noch in den Ofen packen. Ich mach mal in den Aligatoir. Mhm. Da vorne sitzt schon einer. Aha. Komm doch, du Gräbel. Das sieht dich aus. Was willst du von dem eigentlich? Ne, Fleisch. Kriegst du nicht? Ach so. Ach doch, ja, doch so komisch das. Ja, die komischen. So komisches Verrunkelzeugs, aber ich weiß nicht. Dönerfleisch. Hm. Dönerfleisch. Ich hab's noch nie verwertet. Irgendwie. Ah, jetzt hab ich, ah, jetzt hab ich die Stöcker vergessen. Voll zerlettert, sag ich nur. Hast du einen Schein geschnitten? Mhm. Und gleich noch ein Tier mit einem Abhäutemesser. Aha. Wo ist der Nächste? Huah. Komm, Bubi. Gesundheitsschaden 16. Rüstungsdurchdringung 8%. Okay. Oh, ey, fett. 12%. Oh, Alter, jetzt bin ich unsterblich. Jetzt mach ich Schaden ohne Enter. Hier hatte ich doch sowas schon drin, ich Idiot. Kann ich das Katana und das Schild tragen? Nee. Geht nicht. Nee, das geht nicht. Okay, ne, da hab ich noch einen Platz frei dann. Für irgendwas anderes. Geil. Was hab ich jetzt Rüstung? 68. Nö, das ist... Das Schild ist wahrscheinlich wirklich bloß zum blocken da. Nee, das macht auch, ähm, Schaden. Schaden? Müß ich mal gucken, steht da, Schild 16. Also mein Schild macht 16. Echt? Ja. Achso, okay. Ich komm mal rüber mit meinem Katana. Wo ist denn jetzt hier mal so ein Vieh, wenn man mal eins schnetzeln möchte? Mhm. Ich möchte auch mal eins schnetzeln. Oh, hier vorne sind. Uuuuuhhh. 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 Uuuuhhh. Uuuuuhhh. Eine Angriffsfolge und da ist es geschnetzelt. Zeigt mal seinen hässlichen Wunkel Arsch, Alter. dämonenblut habe ich gekriegt von wem von dem fettzock ich bin ein stückchen flusser platz hier der höhle bin ich wo die knogen sind was soll das sein was soll das sein ach so es gibt ja rote ist schon etwas leiser rote kristalle ich weiß es nicht also ich vermute weil in arc kannst du auch kristalle für glas ich hab's vorhin gemacht ach so in den ofen ja ok also da wo der stein und stein steht hä wo kommt der her hier vor der höhle steht so ein steinknisch ja ich hab schon gesehen 83 kristalle ich muss wahrscheinlich noch üben mit dem schwert schmerz du musst ja kompos machen wahrscheinlich rechts rechts links hin wo es klicks tja das richtig macht das irgendwie nicht aber macht ordentlich schaden ok ok der typ hat hinter sich warte mal das ist er macht da nicht so ein ansturm ach doch du musst die halten und dann links drücken bei links macht er nur so ich hab jetzt 201 214 215 218 kristalle krass stellst hier einfach hin drückst E und bortst solange bis du fertig bist geil ja da komm ich doch glatt mit rein und ich hatte überall abgeahndet und 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 Du wirst ich dann jetzt ganz pf oue d ansturm was auf alle nicht dass eine christen in dem jeder ofen aus ich bin level 26 krass ich will mich doch nicht umbringen wenn das schwert rot wird oder beim schwingen rot ist da hast du den kompo gelb gibt es auch rot gelb lila brauchst du gar nicht so einfach eh was einfach sammeln ach so ach so cool das habe ich auch nicht wusste ich wollte drauf einjagden so spaß die ganze ab pflücken ja arg verseucht da bist du dran rumhacken wie so ein wahnsinniger also komisch du kriegst von den großen die haben also von den großen dinger und kriegst genauso immer nur eben ja wie wenn du so kleben nach mir selbst nicht die klinik der christi auf 4 3 jetzt habe ich hier aus dem kleinen kriegt auch wahrscheinlich gleich mehrere mit einem aufgenommen ja wahrscheinlich der bildet sich bestimmt auch was drauf ein die heute die hässliche mit ihrem flachen hänttern das wäre jetzt große fresse wie sonst was das haben wir zu doch ja Joa. Wie viele hab ich denn jetzt? Ach alter Wahnsinn, 200 Stück. Ich hab fast 500 jetzig gleich. Mach mal hier schläg ich dazu. Bei Metall zeig ich das schwächer. Ja. Aber du warst ja vorhin, hast ja noch mal irgendwas trainiert. Ja ne, ich hab noch mal was da war. Oder also jetzt hier. Gewicht. Dass du mehr tragen kannst. Aber es ist ja auch Fenster offen. Ist ja kalt. Siehts grad kalt darin. Die Gaspar haben mir ordentlich zugesetzt. Das Schwert macht ordentlich Schaden. Aber da muss ich echt noch üben mit dem Ding. Das Schild und das andere Schwert, das hab ich aus dem FF beherrscht. Aber hier? Geil. Die Diamantenhöhle. Die Diamantenhöhle. Da war so ein kleiner Pipus, da hab ich zwei rausgekriegt. Ja ja. So richtig, den hast du kaum gesehen. Ja. Ja. Aber hier vier. Na? Da geht die Bilanz. Ja, irgendwie haben sie falsch programmiert wahrscheinlich. Wenn wir sonst rechts zeigen. Ja, ist okay so, ja. Kann man so lassen. 351. Das reicht. Für mich. Ehrlichen Verdauber. Die armen Irren. Nimm mit, soviel du tragen kannst. Ja, kann ich. Bin nicht mal halb voll. Ja. Aber ich brauch noch irgendwas wo du dich passiv fregangerierst. Das kriegst du. Ja, das kriegst du bei Vitalität kriegst du das. Ja, auf Stufe 3. Ja. Das dauert noch ein bisschen. Ich hab vier Punkte. Warte mal, mach ich gleich Belastung. Das ist gut. Vielleicht noch mehr mit mir rumhogen. Oh, das wär ich jetzt mal skillen dann. Ey, das dauert ja ewig. Oh, ich weiß ja nicht. Ich hab immer noch nicht geguckt wieviel Levels es hier maximal gibt. Vielleicht gehts ja bis Level 60. Ja. So, ich schluck mal wieder zurück. Mal zum Punkt. Was denn? Oder hast du schon mal von euch was angegriffen? Ne. Also, ich geh nur zurück zum Ofen. Ach so, zum Ofen. Ich hab verstanden. So. Wieso steht der Besitzer? Da war's. Was verstehe ich? Ach so, ach so. Das ist die, das ist unsere Crew oder was? Hm. Ja, okay. So, und jetzt schlägst du die alle in die Crew? Was auf jetzt? Hm. 50 Glas kriegst du aus 100 Stück aus ihrem Stack. Aha. Okay. Das brauchst du bestimmt bloß für irgendwelchen Schönheitskram oder? Naja, für die Flaschen wahrscheinlich. Ach ach, da war's echt stimmt. Granatenbaust. Aha. Steinen. Hey Mann, frei. Hm. Hm. Da bin ich noch ein bisschen Kugel reintun. Das ist... ...und dann noch ein bisschen Kugel reintun. ...und dann noch ein bisschen Kugel reintun. Warte, ne, warte mal erstmal. Ich muss das Essen braten ja bisher. Wo ist mein... Natürlich ne Strinnel. Ja, auch nicht. Ja, ich weiss. Oh, ey, hab ich keine Holzbehörer oder? Nee, nee. Achso, das hab ich schon eingetan. Oh, ey, hab ich keine Holzbehörer oder? Oh, scheiße, der Ofen ist voll. Und er macht und brennt, das ist der Wahnsinn. Ja, die Rinde. So, dann werde ich jetzt mal gerbeln. Ein bisschen. Auch nochmal die Rinde reintun. Ah, geil. Ich weiss auch nicht, ich find das Spiel geil. Viel Spaß auch. Aber du wirst doch hoffentlich nicht unsere anderen Spieler vernachlässigen wollen. Nee, denk ich nicht. Aber ich muss mal mit dem Ring spielen. Oh, hier in den Kopf treffe. Ja, geil. Ja, Wandschild. Ja, da kannst du bestimmt was draufschreiben, oder? Hm. Kannst du mir vorstellen. Ich geh schnell ein rauchen, Maestro. Mach das, du Erdys. Weiss schon, oder? Der Sandsturm im Anmarsch, was? Boah, aber ordentlich. So, gut. Wie viel Level das gibt eigentlich. Ja, da stand nichts da von Sandsturm, ne? Also, jetzt als ich reingekommen bin. Aber es faucht noch ordentlich. Ja, 60 Level gibt's. Okay, und du bist schon wieder so leiser. Also, 60 Level gibt's. Ja, das ist reichlich, da haben wir noch ordentlich zu tun. Ja. Aber wie viel fehlt mir noch? 26. Oh, bei der 30 ist erst der nächste schöne Hürde, die ich erreichen möchte, weil... Ja. Dann kannst du dir... Da... Da ist so ein Item, an dem hängt alles, alter. Gut, dann geh ich schnell rauchen. Und wollen wir dann... Hast du ja schon ne Rüstung gebaut? Ne, noch nicht. Wollen wir dann mal uns kloppen? Mit den... Also nicht wir uns, sondern mit anderen. Was brauche ich für die Rüstung? Stahl oder was? Oder Leder zeig ich an? Ich glaube Leder und Metall. Du wirst es ja sehen, dann... Also ich hab ne mittelschwere, glaube ich. Ne mittelschwere Rüstung. Also Brust, Kopf und... Beine. Schuhe können wir sich vielleicht nochmal bauen. Ich guck mal. Gut. So, dann... Okay, meiner. Bis gleich. Mach erstmal, ja. Bis gleich. Jetzt noch Holz holen. Äh, Rinde holen wir nicht. Okay. Alter, das Metall. Alter, das ist Wahnsinn. Oh, Glasflasche. Ja, sie machen mit. Mhm. Macht er dann gleich 25 Glasflaschen, dann kann ich schon mal. Cool. Schönes Ding. Schönes Ding. Ja, schön viel da eigentlich. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob die Jänen ja kaputt, wenn du die schmeißt. Ja. Von daher... Das ist ja wahrscheinlich wie Granaten, ja. Du da jetzt... Gift reinmachst oder... Oder... Wasser... Gibt's ja irgendwie. Mhm. Ähm... Ähm... Puh... Guck ich mal schnell, was ich mir für eine Rüstung... Bauen kann. Ähm... Wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn das? Mein Rüstungszeug ist? Ne, hier nicht. Was war denn das? Was war denn das? Ach hier. Leib eigenen Topf. Mittleres Kamaschenfutter. Also mittelschwer... Ach doch, ja mittelschweres Stiefel. Okay. Ja, ja. Mittelschweres Stiefelfutter. Wo ist das? Ah, das könnte auch ein bisschen nebeneinander sein, ne? Hm. Ach hier ist meine Rüstung. Schwere Handschuhe. Schwerer Helm. Okay. Naja, dann... Baue ich jetzt erstmal meine Rüstung und dann... Ja. ... wird gemetzelt. Ey, wo ist das? Hä? Ah ja. Mittleres Handschuhe. Ach ja. Sweet, okay. Kamaschenfutter. Acht Leder und... Zwirn. Okay. Ich glaube nicht, dass mein Leder reicht. Glaube ich nicht. Na ja, dass du ein bisschen was hast. Ja. Zwirn habe ich. Leder ist schon drin. Was ist das? Verstärktes Leder, alter. Scheiße. Wie kriege ich verstärktes Leder? Hm. Leder. Und der will nur normales Leder. Mittelschweres Handschuhfutter. Nice. Was ist das? flor Schmerger in Scheiß? Making. Plot гл수를? attaching, der wird ein bisschen ja. Herr Lorch, dass ich zwar nicht beherzenie... dass Du nicht sombolos hast. Na ja, das wird uns quaalteilen. Wenn soll, was Mrs. Zucker gewinnen. Vielen Dank. Oh nein, jetzt hat er wieder alles rausgenommen. Was für ein Müll. Zwei im Heuchteflug. So, den Helm habe ich noch. Schuhe brauche ich noch. Okay. 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 So, ich hoffe, ich muss essen, wo die vielleicht nur ein bisschen stahl wird. Verstärktes Leder, Alter. Wie brieh ich das ja? Waffenschmiedlernen. Das kann man lernen, das muss man lernen, denke ich. Waffenschmied, Lehrling, das ist wichtig. Dekorative Kriegsbemalung ist, naja, wenn ein paar Punkte übrig bleiben sollten, kann man das verwenden, ansonsten. Die, die findest du auch, die kannst du auch finden, glaube ich. Oh, da, da kletterte Krokofant im Berg hoch, Alter. Das soll ja nicht sein, natürliches... Nee. Habitat. Ja. Oh, hier liegt doch auch viel Eis. Doch, Bandagen. Oh, sechs Punkte. Oh, Alter. Oh, ich glaube Bandagen sind wichtig. Ja. Also, mal gelernt. Ja. Also, mal gelernt. Hm. Was muss ich machen, um verstärktes Leder her... Ach, bestimmt Gerbermeister. Es hängt alles an dieser... Ach nee, das ist Stammenteile. Stufe 30. Das ist das. Ja, naja, es hängt irgendwie alles zusammen. Das braucht das. Und das braucht die hier vorne, die ich ab Stufe 30 kriege. Demontagebank. Eine Werkbank für das Zerlegen von Rüstungen und Waffen. Das ist auch nicht schlecht. Ganze Rohstoffe zurückgewinnen wahrscheinlich. Ja. Trankmacher. Oh, Wahnsinn. Aber was war das hier unten? Das wollte ich nochmal. Kesselflicker. Na, erstmal nicht. Ach, siehste, so eine Werkbank wollte ich auch noch bauen. 40... 40 Holz? Ja, das... Ja, ja. Die ist billig. Das gönne ich mir. Das stelle ich dir unten hin. Achtung. Achten. Achten. Achten... Was ist... Und... Achten. Achten... Okay. ja das ist so schnickschnack denn der drin bauen kannst holzschild war ja kostet ja nicht mal 40 holz was ist das und 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 Untertitelung des ZDF, 2020